Zum Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Gemäß § 65 der Geschäftsordnung kommen wir nunmehr zur Abstimmung über die Genehmigung des Staatsvertrages viertes Zusatzprotokoll zum europäischen Auslieferungsübereinkommen in 785 der Beilagen. Ich bitte jene Damen und Herren, die dem gegenständlichen Staatsvertrag die Genehmigung gemäß Artikel 50 Absatz 1 Ziffer 1 Bundesverfassungsgesetz erteilen, um ein zustimmendes Zeichen. Das ist einstimmig so angenommen.